Bei mir hast du seine Dingsda-Wumms, du hast es mal. Nein! Waaah! Fuhuhuhuhäh! Hahaha! Häh! Es ist wie... Weißt du, wie hieß der nochmal? Der eine hat das Garten auf Bantanfang, der Orangener. Uuuuhuuuh! Steffin! Oh Gott, oh! Boah! Ich hab ab! Erdnicht! Noch den zwei von denen. Einer ist One-Shot. Oh Scheiße! Der kommt. Ja, fern nach oben. Bülpün, jetzt guckst du dich mal um nicht um. Alter, dir! Ich hab einen gepoppt, ich hab einen gepoppt. Ich hab einen gepoppt. Ich hab einen gepoppt. Warte mal. Wartet mal Leute. Wartet mal Leute, wo sind wir? Ich glaub wir sind... Virus X. Wird's? Leute, warum bist du jetzt in das Haus eingebrochen, Bro? Ey, das Bild ist gar nicht creepy. Authority has issued an emergency application notice. Please evacuate to the nearest designated... Digga, du kannst nicht Englisch, oder? Ja. Ja, dann ab zu diesem Center, ne? Ja. Dann mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Häm, hier hast du Sennet-Dings da rum. Du weißt es mal. Nein. Hast du einen Sennetizer? Ja, gib mir einen Riegel. Ach du Scheiße, was läuft denn hier rum, Leute? Da läuft ne Auge. Da läuft ne Auge, Leute. Da läuft ne Auge. Ich verarsch euch nicht, da ist ein Auge. Ja, wo bist du? Ein riesen Auge auf Beinen. Wo, wo, wo? Oben. Unten. Wer bist du? Wer? Wer bist du? Ja. Hier, du kriegst ne Riegel. Das Auge läuft hoffentlich an mir vorbei. Hä? Nein, tu das nicht. Ich bin tot. Ich wurde vom Auge... Ich bin, äh, ja. Bulbo bist du? Oh, hier ist auch... Bulbo ist im Center. Ich bin auch kein Tod wieder. Was? Wie hieß der nochmal? Der eine hat's Garten auf Band. Der orange, ne? Stirb auf den. Oh, mein Gott. 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 Felix, nicht in die Häuser. In Center. Leute, die Häuser. Seht ihr das? Die leuchten rot. Vielleicht muss man zu den Häusern gehen. Oder weiter nicht. Ich hab doch gesagt, wir sollen in die Häuser gehen. Oh, Herr Emeo. Ach, zu den roten Häusern. Okay, jeder sucht sich eins aus. Geh. Ja, Digga, was ist denn? Warte, warte, warte. Ach so, die... So, warte. Ja, was ist denn den dort? Was soll denn den da sein? Na, zu dem halt. Okay, Leute. Ähm, dann geh ich zu dem. Ey, mir geht mal weg, sonst kann ich dich anlässt ins Kriegsbildschirm, ja. Ach, moin! Ich geh oben rechts. Ich geh oben rechts. Glaub ich halt gestehen. Security Terminal. Ich uploade, Leute. Ich wurde getötet. Stark. Aber ich uploade noch. I'm doing it, Bro. Hi. Hier, Felix. Schau mal auf dieser Map. Ja, auf einmal fließt es dem auch. Ja, Leute. Es sind nur noch drei. Geil. Äh, vier. Hier lang. Äh, da sind wir ja. Alter. Uff, du Scheiße. Der hat mich so erschrocken. Oh, da steht er, der Ulrich. Er hat mich. Er hat mich. Mach da so Jumpscare wie der Giant. Ja, wirklich so, komm gleich weg. Ja, du musst es machen. Na, was macht man hier? Ey, wenn der jetzt die Tür einschlägt mit seinem Brecheisen. Er holt die Kettensäge raus. Ich bin süß. Doch. Sonntagsschule. Hi, Bro. Der hat die Scheiß-Tür aufgemacht, hat es aber nicht benutzt. Freut mich möchte ich nicht bis nur anfangen. Auch gut. Stark, Mann. Ist stark. Er kommt, er kommt unten. Wie unten? Wo? Ja, unten halt. Ja, super, dann hoch, hoch, hoch. Fast, fast, go fast. Toilet. Go quick now. Go quick, I'm dead. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Äh, servus. Digga, Bulbo, wo rennst du hin? Ich bleib lieber draus. Bist du aus dem Fenster gesprungen oder was? Nein, ich bin durch die Tür gelaufen. Wie in der normale Beste. Wir nehmen sie hier wieder runter. In dem Haus ist nichts, oder? Ja, natürlich. Boah, ich mach mir jetzt mal ein Screenshot von diesen. Und wo bist du jetzt noch im Haus? Leute, einer ist auf mir. Leute, zwei von den. Einer ist One-Shot. Oh, scheiße. Der kommt. Ja, renn nach um, Bulbo. Und jetzt guckst du dich mal ordentlich um. Alter, dir. Ich hab einen gepoppt, ich hab einen gepoppt. Digga, was machst du? Weißt du, Digga, poppt das Mad Kid? Digga, was für ein Mad Kid? Digga, was für ein Mad Kid? Halt's Maul. Wir reden nicht von Fortnite, Alter. Doch, es gibt nen Keller in dem Haus. Digga, Felix, was tust du, Alter? Der chillt sich da seine scheiß Eier in dem Haus. Kacke aus, wo nix ist. Aber wo ist es denn dann? Ein anderes Haus gibt's ja nicht. Vielleicht ist es ja im Hab. Nein, Digga. Halt's Maul. Nein. Nee, gib, gib. Okay, Bulbo, du kannst einfach mal in Hab gehen und nur gucken. Oh, es steht nicht im Hab. Zu 1.085 Prozent. Gut, aber oben ist es nicht und unten ist es nicht. Ja, was weiß ich. Nicht im Hab, Bro. Das ist ein anderes Level. Ich guck gleich mal im Hab nach. Du schaust nirgends mehr im Hab nach. Wer hat hier Telefonjoker gebracht? Oh, aber wenn wir nicht im Hab gucken. Wir haben hier jeden Schaumdruck, äh, jeden Raumdruck. Schaum, jeden Schaumdruck. Felix, guck du im Hab. Niemand guckt im Hab. Ah, Mann, Digga, ich guck jetzt im Hab. Es stand bei der Tür und ich hab einfach was. Felix, bring dich kurz um. Felix, lauf mal in den Brie rein. Ja, danke. Ich check jetzt auch noch mal auf, dass es das richtige Haus ist. Nee, ist das falsch, weißt du? Kann ja sein. Nein. Wenn ihr vor dem Tor seid, müsst ihr einfach nur links gehen und dann äh... Links, links, rechts. Links, links, rechts. Und dann komm. Ja, halt die Fritz mit deinem Link, links, rechts, bitte. Ja, aber ihr seid beim falschen Haus. Ja, warum geht das denn? Ja, warum geht das denn? Ob ist da denn auch ein Monster drinnen? Das ergibt so wenig Sinn. Oh, da ist das Auge. Monster können nicht nur in einem Haus sein. Also nicht nur in Häusern, wo es... Doch, können sie. Ja, das ist nicht nur... Sie sind nur in den Häusern, wo die Scheißdinger drin sind. Was ist das richtige Haus? Links. Links. Rechts. Ja. Oh, hält's Maul. Ja. Also links, rechts. Oh, schießbar hier. Kannst hier raus? Kannst hier raus? Geht's hier irgendwo rein, noch? Komm, schütt da. Ihr seid so rum. Ihr könnt die Karte nicht lesen. Du kannst die Karte lesen. Ja, hä? Ja, sagen wir, ob ich sie zum falschen Haus. Ich bin zur Zeit ins selbe Haus gegangen. Ulpo, was mache ich jetzt? Weiß nicht. Was mache ich in so einer Situation? What would you do in this situation? Ja, runter, runter. Wie ist es da draußen? Ja, Leute. Also das Auge kann euch gerade nichts abtun. Das habe ich hier unter Kontrolle. Nein, ich meine, das muss drin sein. Spendige es. Oh! Ja, der Garten. Und jetzt geht's auch noch. Weiß in den, Mann. Hä? Ja gut, warte mal kurz. Dann links. Oder du musst halt irgendwie gucken. Gibt hier einen Keller oder so? Oder ist oben noch im Raum frei? Ne, ich habe hier eine Psychose. Warte mal kurz. Nein! Schau dir doch einfach mal die Map an. Ja. Und dann, sag mir nicht, dass es nicht verwirrend ist, dass das Haus ganz, das letzte in der Straße ist. Das ist das letzte Haus in dieser Straße. Es ist zwar nicht verwirrend, aber hättet ihr halt die Karte, also quasi, gelesen, wo man halt lang hinten ist. Link ins rechts, Leute. Ich kann mir nichts vergeben. Da muss ich mir immer einen Merksatz machen. Also, naja, aber ihr seid ja einfach davon ausgegangen, dass das Haus in der hintersten Straße ist. Ist ja auch, aber ihr seid ja auch die falsche Straße. Weißt du, was ich meine? Warte kurz. Was für die falsche Straße, Bro. Es war die richtige Straße. Es ist egal, welches Haus es jetzt von beiden gewesen wäre. Es war die richtige Straße. Die waren in der selben Straße. Es war einfach nur falsch auf der Karte eingezeichnet. Nein, warst ihr nicht? Du hattest Glück bei der Karte falsch gelesen. Es war richtig eingezeichnet. Felix und ich haben es gleich gelesen. Ihr habt es falsch gelesen. Ihr habt Spiegelverkehr gelesen. Was für Spiegelverkehr? Wir sind direkt hinter, wir sind hinter das Haus gelaufen. Ja, ihr seid hinter die Klinik. Ihr seid geradeaus von der Klinik aus. Über diesen Mitteljacken. Aber das ist die falsche... Ja, das hält er doch. Ist da jemand am Leben? Nein. Jedenfalls, das ist jetzt das Haus. Links, links, rechts. Ja, es ist halt richtig. Ja, aber wir wissen es mittlerweile. Du hast es mittlerweile schon zu hundertmal gesagt. Ja, aber deswegen habe ich es ja auch richtig dagegen gesagt. Ja, aber deswegen habe ich es ja nochmal gesagt. Falsche Haus gegangen. Ja, ja, aber ganz am Anfang. Ja, ja, aber nicht. Ja, ja, aber. Hier ist ein Computer. Er kommt nach oben jetzt. Aktivier einfach die Computer. Ist egal, wenn du stimmst. Wer steht denn hier unten? Hast du ihn aktiviert? Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Hast du ihn aktiviert? Nein. Also hast du noch drauf gedrückt? Nein, ich habe es nicht geschafft. Ich dachte, der Fernseher wäre der Computer, weil es war so ein Röhrenfernseher und der sah aus wie ein Computerbildschirm. Es war kein Flachdruck. Geh weg, geh weg. Ich bin doch weg. Hä? Oh, nee, ne? So, Leute, links, links, rechts. Oh, so, Leute, Alter. Ja, ist das jetzt schlecht. Ja, Felix muss eigentlich hochkommen und nicht weglocken oder so. Ja, in dem Raum. Ich habe gedrückt, ich habe gedrückt. Ja, der ist dahinter der Tür fest. Tja. Der steht einfach da, der macht gar nichts. Leute. Der schaut auch auf den Screen. Hä? Hä? Es kommt einfach mit zu. Ja, aber wie hat das Sterben, Leute? Nee, alles gut. Er geht einfach. Hä? Okay, aus. Was macht er? Oh, er kommt wieder. Stark. Rennen. Scheiße. Nein, ich komme nicht durch. Ah! Leute, scheiße. Oh, oh. Leute. Oh, oh, oh. Ach du scheiße. Ach du scheiße, das Auge. Leute, das Gate ist offen. Ich bin drinnen. Hä? Hä? Bist du nicht? Moin, Leute. Ah, aah. Das ist alles. Ich kann mich nicht bewegen. Wenn ich mich jetzt bewege, wird er mich wahrscheinlich eh töten. Nee. Oh Leute, kann der hier rein? Na jetzt gehts weg. Ja, rein da, rein da. Waka, waka, ey, ey. Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Rekka. Du, 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 du. Oh, du hast den. Oh, du hast den. Oh, weil die Farte falsch gelesen hat, ne? Rechts, rechts, rechts. Ah ne, andersrum. So Leute, links, links, rechts.